Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren. Unser Beckenboden ist eine Mischung aus Muskulatur und Bindegewebe, der unser Becken nach unten hin verschließt und unsere Organe an Ort und Stelle hält. Je älter wir werden, desto mehr verliert der Beckenboden seine Elastizität und hinzu kommen noch andere Faktoren wie etwa Übergewicht, Geburten, Bewegungsmangel, zu viel Alkohol oder Rauchen. Eine Beckenbodensenkung kann unangenehme Probleme verursachen und muss manchmal operiert werden. Wann das der Fall ist und wie der Eingriff abläuft, darüber spreche ich mit Professor Günther Neu. Er ist Chefarzt der Frauenheilkunde des Rheinland-Klinikums Dormagen und Grevenbräuch. Herr Professor Neu, welche Probleme verursacht denn eine geschwächte Beckenbodenmuskulatur? Die Beckenbodenmuskulatur ist grundsätzlich ein Stützgewebe, die den Beckenboden nach unten stützt. Am wichtigsten ist sie eigentlich für die Kontinenz, also dass man den Urin gut halten kann. Sie stützt und schützt auch das Beckenboden-Bindegewebe, aber wenn Patientinnen Probleme haben mit dem Bindegewebe, kann die Muskulatur nur einen kleineren Teil kompensieren. Aber ganz entscheidend ist die Muskulatur für das Vermögen, den Hahn zu halten. Da ist das Ganze wichtig. Man kann ja den Beckenboden trainieren, aber wann ist denn aus Ihrer Sicht ein Punkt erreicht, wo Sie sagen würden, jetzt sollte man über eine Operation, also eine Rekonstruktion des Beckenbodens nachdenken? Auch da müssen wir wieder ein bisschen differenzieren, ob es jetzt um eine Harninkontinenz geht, also Harnverlust ungewollt, oder ob es um den Beckenboden selber geht, ob man da einen Defekt hat, also ob sich die Scheide, die Gebärmutter nach unten senkt. Das sind zwei verschiedene Dinge, die muss man immer gut trennen. Vor allem wichtig ist das Beckenbodentraining, wie ich eben schon sagte, für die Kontinenz. Also bei milden Hahninkontinenzen fängt man immer erstmal damit an, bevor man jetzt über andere Maßnahmen nachdenkt. Wild sagt man so eigentlich so das Typische beim Husten und Niesen Urin verlieren, also man kann es nicht gut kontrollieren. Da macht es sehr viel Sinn, da kann man tatsächlich bei einem untrainierten Beckenboden oft wieder eine Kontinenz erreichen, sodass man da weder Hilfsmittel noch eine Operation braucht. Bei höhergradigen kann man es abmildern, auch damit sind dann manche Patientinnen zufrieden, also letztendlich immer erstmal die Beckenbodenmuskulatur trainieren. Das geht natürlich nicht mit Handeln, das ist alles ein bisschen aufwendiger, manchmal muss man das auch auf Umwegen machen. Darum ist es da wichtig, gute Anleitung zu haben, also gute Therapeutinnen, die das betreuen. Und was ist bei Gebärmuttersenkung oder Scheidenvorfall, wann ist da für Sie so die Indikation für eine mögliche Operation gekommen? Also Indikationen sind eigentlich immer die Beschwerden der Patientin, nicht die Anatomie. Weil das ist sehr, sehr variabel, also manchmal sieht man eine Patientin mit wirklich einer sehr deutlichen Senkung. Wenn sie aber keinerlei Beschwerden hat, wenn es ihr quasi gar nicht aufgefallen ist, dann sollte man natürlich da keinerlei chirurgischen Maßnahmen machen oder die Patientin unzufrieden machen und ihr was von der Senkung großartig erzählen oder ihr Angst machen, das könnte schlimmer werden. Und was weiß ich, da gibt es sehr viele Horror-Stories, die ja erzählt werden, die aber einfach unwahr sind. Es ist keine bedrohliche Erkrankung, also machen kann man immer was, früher oder später. Also erst dann, wenn Beschwerden sind. Das ist wiederum sehr variabel. Die eine Patientin hat bei einer noch relativ milden Senkung schon Dauerbeschwerden. Als Häufigstes wird so Druck nach unten angegeben, Fremdkörpergefühl. Aber das kann man jetzt nicht nach den Geraden abschätzen. Wir teilen das natürlich in Grade ein, wie man so gerne Medizin was macht, ersten Grad, zweiten, dritten, vierten Grad ist. Aber letztendlich ist entscheidend, ob man da jetzt therapeutisch, sagen wir mal durch Platzhalter, die man in die Scheide tun kann oder eine Operation tätig wird, muss immer das Beschwerdebild sein. Und daran muss sich die auch die Strategie orientieren. Welche Rolle spielt denn dann das Lebensalter? Würden Sie zum Beispiel sagen, jüngere, fitte Patienten, da könnten wir eher nochmal versuchen, wenn Beschwerden bestehen, mit Training zu arbeiten? Und vielleicht ältere Menschen, die nicht mehr ganz so gut trainiert sind, würden Sie denen eher zur OP raten? Oder worauf kommt es an? Das Training, wie ich eingangs schon sagte, betrifft ja nur die Beckenbodenmuskulatur. Eine richtige Senkung, also wenn sich, sagen wir mal zum Beispiel, dass eines der Häufigen die vordere Scheidenwand zwischen den Vulvalippen nach außen drückt, da kann man mit Muskeltraining nichts machen. Ja, weil die Muskeln können das nicht wieder reindrücken. So stark können die einfach nicht werden. Ja, oder wenn eine Patientin inkontinent ist und auch die vordere Scheidenwand sich ständig nach außen drückt, dann nützt die beste Muskulatur nichts, weil sie gar nicht unter die Harnröhre gegendrücken kann. Ja, also dann ist es dann eher eine Operation angezeigt. Man muss es schon ein bisschen differenziert sehen, also welche Beschwerden liegen vor, welche Veränderungen liegen vor und wie hoch ist der Therapiewunsch, also wie man so in der Medizin sagt, Leidensdruck der Betroffenen. Das ist das Entscheidende. Also ein 1-2-3-Schema kann man da nicht anwenden, sondern man muss es doch schon sehr, sehr individuell betrachten. Wenn sich jetzt jemand für eine Operation entscheidet, Sie sind ja bekannt für Ihr laparoskopisches Verfahren. Was sind denn genau die Vorteile bei dieser Operationsmethode? Laparoskopisch ist erstmal der Hauptzugang, das heißt wir nutzen eine Kamera und Kleininstrumente zur Operation. Wie die meisten vielleicht wissen, kann man das auch durch die Scheide machen. Man kann auch den Bauch aufschneiden immer noch, das gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Der Haupthintergrund ist, dadurch, dass wir über den Bauchraum kommen, also ohne den Bauchraum zu eröffnen, haben wir direkten Zugang zu den Defekten. Man muss das nämlich sehr unterscheiden. Es gibt vorne Mitte, vorne Seite, hinten Mitte, hinten Seite oben und das muss man alles letztendlich in der Strategie unterscheiden, wo man da operiert, wo es nötig ist, was man macht. Und mir ist halt sehr wichtig, ich kann auf direktem Wege zu diesen Defekten am Beckenboden gehen und sie soweit möglich rekonstruieren. Also wir können nicht ersetzen, das ist halt nicht wie in der Werkstatt, Getriebe kaputt, Neues rein, sondern wir können nur mit dem da arbeiten, was da ist. Wir versuchen nah an die Natur zu kommen, aber es ist keine vollständige Rekonstruktion. Und das mir besonders Wichtige ist, alle Verfahren, die wir einsetzen, Labraskopie ist ja nun mal das Vehikel und dann hat man verschiedene Verfahren für verschiedene Bereiche des Beckenbodens, dass die auch rückbaubar sind. Und ja, das steht so ein bisschen im Gegensatz zu einigen Verfahren, die auf anderen Wege gemacht werden, wo dann zum Beispiel mit Ankern, Netzen und sonst was, wo die eingesetzt werden, die sind halt sehr schwierig wieder zu entfernen. Wenn ich zum Beispiel einen ganz normalen Gewebeeffekt in der Mitte der Scheidenvorderwand, der wird von oben genäht, komprimiert, in weit über 90 Prozent der Fälle hält das langfristig. Wenn es mal nicht hält, habe ich aber einen ganz einfachen Weg wieder dahin, weil ich keine Vernarbung in der Scheidenhaut habe. Ich kann es wiederholen oder ich kann auch dann vielleicht auch ein Fremdgewebe benutzen. Wir haben immer wieder den Zugang und können auch, wenn eine Patientin mal Beschwerden hat, das gibt es immer, wir können aber immer wieder hin und können dann sehr gezielt das auch zurücknehmen. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, weil es ist ja hier keine bösartige Erkrankung, niemand stirbt an der Senkung. Das ist ohne Frage sehr unangenehm und das ist auch gut so, dass das heutzutage behandelt werden kann. Aber eine Chirurgie, die jetzt nicht dem Lebenserhalt dient, sollte natürlich möglichst wenig Nebenwirkungen haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Sie haben ja schon ein paar Punkte angesprochen. Können Sie vielleicht mal an zwei Beispielen erklären, was Sie genau während einer OP richten? Zum Beispiel bei einer Harninkontinenz und, was Sie jetzt ja auch schon mehrmals erwähnt haben, den Vorfall der vorderen Scheidewand. Ja, also die Harninkontinenz, sagen wir mal für die, die sich da schon mal ein bisschen eingelesen haben, da gilt ja als Standard heute eine Kunststoffschlinge, um die Harnröhre zu legen. Das ist auch grundsätzlich ein gutes Verfahren. Das Problem ist bei sehr jungen oder aus unserer Sicht, sagen wir mal, die fitten Leute unter 70 zählen zu jung, weil sie sich noch bewegen, Sport machen, Wandern, was weiß ich nicht alles. Also das Gewebe ist sehr, sehr dynamisch, gerade im Becken. Das ist was anderes als in der Bauchwand, wenn man eine Bauchwandthernie operiert. Und dann kann es natürlich mit der Zeit, weil so ein Kunststoffband, das wird eigentlich mit den Jahren immer fester, weil es immer eine Reaktion hervorruft, sodass immer mehr Bindegewebe gebildet wird. Nur das Bindegewebe drumherum, das altert halt und dann gibt es eine Gegenbewegung. Dann kann es halt langfristig zu Problemen mit diesen Bändern kommen. Deswegen machen wir eigentlich seit vielen Jahren schon erstmal eine Operationstechnik, die diesbezüglich keine Probleme hat. Das ist eine alte Inkontinenz-Technik, wo man neben der Harnröhre das schlaffe Gewebe eben von oben einfach mit Fäden strafft. Als würde man so eine Matte, die etwas durchhängt, die wieder strammer zieht oder sagen wir mal so ein Segel, was man draußen hat. Wenn man das durchhängt, muss man an der Seite so ein bisschen ziehen, damit es wieder straffer wird und die Harnröhre wieder eine bessere Unterlage hat. Das ist dann im Prinzip der gleiche Effekt wie diese Operation, dass man ein Kunststoffband drunter legt. Aber wir haben natürlich an der Harnröhre nichts, was da altert oder straffer wird, nur das Gewebe selbst gestraft. Das ist ein altes Verfahren und endoskopisch, wenn man das geübt hat, kann man das eigentlich sehr, sehr schön umsetzen. Und bei Beckenbodendefekten geht es meistens tatsächlich immer darum, dass Gewebe, was vorhanden ist, das ist erweicht, das hat sich gedehnt, wie so ein Luftballon aufgeblasen, die Wand ist dünner geworden. Und wenn wir das endoskopisch, zum Beispiel in der Mitte, was Sie gerade ansprachen, die Scheidenmitte, wenn die Haut so ganz glatt ist und sich wie ein kleiner Ballon nach draußen drückt, dann können wir das nach innen schieben. Und dann mit Nähten von der Innenseite, also ohne einen Schnitt in der Vagina machen zu müssen, können wir das komprimieren. Das ist das, was man auch traditionell von Vaginal macht, nur dass wir die ganze Schicht erhalten. Also wir trennen nichts auf und setzen es wieder zusammen. Das ist, was man durch die Vagina machen muss. Um an die Ebene zu kommen, muss man erstmal die Scheidenhaut öffnen und kommt dann dahin. Und da wir von der anderen Seite kommen, müssen wir nichts zerschneiden und haben deswegen auch keine Narben. Also das Gewebe wird im Prinzip durch Zusammenschieben wieder auf die normale Dicke gebracht und die normale Länge und die normale Breite. Das sind alles Nähtechniken. Es klingt trotzdem ein bisschen kompliziert, denn auch beim Nähen passiert es ja manchmal, dass man etwas zu straff näht. Dann hängt vielleicht die Harnblase oder der Harnleiter etwas zu hoch oder da sitzt irgendwie ein bisschen was schief. Kann das nicht genauso neue Probleme verursachen, wenn Sie zum Beispiel überkorrigieren? Alles, was Sie machen am Körper, kann natürlich auch mal zu viel oder zu wenig sein. Daher gilt grundsätzlich die Devise schon, wir streben eine 20-prozentige Unterkorrektur an. Das ist etwas, was die Patientin in der Regel nicht als unangenehm empfindet. Weil die Überkorrektur, die Sie ansprechen, die ist tatsächlich ein Problem. Die kann ständiger Drang, Blase, Schmerzen und was weiß ich hervorrufen. Das ist ein großes Problem. Aber auch da haben wir natürlich wieder den großen Vorteil. Wir sehen die ganze Zeit, was wir machen. Wir müssen also nicht in einem engen Raum uns auf die Fingerspitze verlassen, auf das Gefühl, sondern wir sehen tatsächlich, was passiert vor den Augen. Und damit kann man das sehr gut steuern, sodass es eigentlich nur in sehr, sehr seltenen Ausnahmen mal zu einer Überkorrektur kommt. Und das ist bei uns tatsächlich eine Rarität. Das führe ich darauf zurück, dass wir tatsächlich über die Endoskopie immer einen Blick haben, immer ein Gefühl fürs Gewebe haben und daher das wirklich sehr gut tarieren können. Gibt es denn andere Risiken oder mögliche Komplikationen, die man bedenken sollte, bevor man sich zu so einer OP entscheidet? Das ist natürlich ein bisschen altersabhängig. Unser Klientel ist durchweg älter. Dadurch, dass wir natürlich so viel operieren, so erfahren sind darin, ist unser persönlicher Schnitt in der Klinik nochmal deutlich höher als in anderen Kliniken. Also da muss man sich natürlich vorweg immer mit auseinandersetzen. Was gibt es dann neben der Krankheit grundsätzliche Risiken? Ja, also wir operieren durchaus auch mit der Ende 80-jährige Patientin, die zum Beispiel einen Vorfall haben, um das dann möglichst schnell aus der Welt zu bringen. Aber das geht natürlich nur mit einem hohen Trainingsaufwand. Das gilt so allgemein in der Medizin. Da muss man dann irgendwelche verschließenden Maßnahmen machen, weil die ja schon so alt sind. Klar, wenn ich für sowas drei Stunden brauche, ist das nicht gut für eine Patientin. Wenn das aber mit dreiviertel Stunde, einer Stunde machbar ist, dann kann man das natürlich auch sehr betagten Patientinnen angedeihen lassen. Mit Narkosen muss man allerdings bei Menschen, die schon etwas eingeschränkte Hirnleistung haben, immer sehr vorsichtig sein. Da würden wir das dann eher nicht tun. Aber eine fitte Patientin kann man das machen. Grundsätzlich, was Nebenwirkungen angeht, da gibt es halt die allgemeinen, oder die wir schon angesprochen hatten, durch eine Überkorrektur. Die gibt es halt zu verhindern, aber da schließt sich schon wieder der Kreis. Da ist es mir halt wichtig, wenn man mal sowas hat, muss man es auch möglichst schnell wieder aus der Welt schaffen können. Und das ist einfach das Gute an dieser endoskopischen Strategie. Das ist sehr schnell wieder zu korrigieren. Und das ist halt wichtig. Das muss man mit dem Patienten besprechen. Wir versuchen das auch immer so auf Zeichnungen ein bisschen zu erklären. Natürlich, wenn man die Anatomie nicht kennt, kann man es sich, glaube ich, schlecht vorstellen. Aber wir versuchen es der Sache zu nähern, damit man dann noch eine Idee hat, was da auf einen zukommt. Darum ist es mir halt eben auch wichtig, nichts behandelt, was keine Beschwerden macht. Wo Sie eben so auf die älteren Patientinnen eingegangen sind, wie geht es denn den Patientinnen nach der OP? Also wie schnell kommen die wieder auf die Beine? Ja, da gibt es so einen kleinen Grundsatz. Desto älter, desto schneller sind sie wieder auf dem Flur. Also das ist jetzt nicht wissenschaftlich untersucht, aber das ist, was einem so begegnet. Also es ist eine Rarität, dass eine Patientin Mitte 80 nicht wirklich aus dem Bett kommt. Also Bettläge operieren wir ja sowieso nicht. Aber die, die vorher fit waren, die sind eigentlich auch am nächsten Tag wieder da. Da tut sich die jüngere Frau manchmal ein bisschen schwerer. Aber grundsätzlich, wir haben Liegezeiten von zwei bis drei Nächten in der Klinik. Dann sind alle entlastbar und können nach Hause gehen. Viele, wir haben ja Patienten von weit kommen, die fahren auch einfach selbst im Auto nach Hause. Also das ist nichts, was jetzt große Schmerzen macht. Wenn man einen Nachteil der Laparoscopie beschreiben will, dann ist es ein bisschen Darmlähbung durch das CO2-Gas, was wir benutzen. Und wenn man eine schlechte Darmflora hat, hat man da ein paar Tage Blähungen. Und viele denken, das ist das Gas, was wir drin gelassen haben. Aber das ist eine Stunde nach der OP schon wieder weg. Das ist der in sich blährende Darm, der ist das Problem. Aber das sind die wesentlichen Probleme. Die OPs an für sich machen sehr, sehr wenig Probleme. Was sind Ihre Erfahrungen? Also wie erfolgreich gelingt es Ihnen, bestehende Probleme im Bereich des Beckenbodens zu beheben? Da haben wir ja auch nicht einfach nur irgendwas gemacht, sondern haben ja auch viele Jahre da Studien zugemacht. Also auf höchstem Niveau, also randomisiert kontrollierte Studien. Wir haben international mit vielen Kliniken zusammen Multicenter-Studien gemacht, damit man auch nicht immer so nur aus dem Zentrum guckt. Klar, jemand, der das jeden Tag rauf und runter macht, der wird es gut können. Aber das heißt ja nicht, dass man es in der Breite anwenden kann. Aber da konnten wir eigentlich auch gut zeigen, dass das funktioniert in dem Setting, wenn man dementsprechend trainiert ist, dass Patienten sich nochmal einem Eingriff unterziehen müssen, weil die Scheidenwand doch wieder runterfällt oder weil noch eine Inkontinenz auftritt oder so. Das ist über einen Zeitraum, wir überblicken jetzt neun Jahre in einem Studiensetting, das liegt so um die sieben Prozent. Man kann zum Beispiel sagen, dass eine Inkontinenz aufgedeckt wird, die vorher nicht klar war, weil die Senkung einfach die Harnröhre abdrückt. Das kann man gar nicht inkontinent sein, das passiert schon mal nach einer Senkungskorrektur. Das liegt aber in einer Größenordnung von vier Prozent und nur die Hälfte davon benötigt dann auch noch einen Eingriff, also irgendwas mit zwei Prozent, dass man dann die Inkontinenz nochmal nachbehandeln muss. Aber das geht ja auch. Es ist ja möglich, dann doch noch sekundär nochmal einen Eingriff zu machen für die Inkontinenz. Das heißt aber trotzdem, viele haben schon eine gute Chance, mit einem Eingriff ihr Problem beseitigt zu haben. Ja, das ist deutlich besser, als so teilweise es dargestellt wird. Das liegt ein bisschen so an historischem Vorgehen, weil man überwiegend transvaginal operiert hat, so in den 90er Jahren noch. Das wird auch heute noch sehr viel gemacht. Heute gibt es bessere Strategien, um dann auch den Beckenboden nach oben zu fixieren. Das war, sagen wir mal, in den 90ern noch etwas, sagen wir mal, vorsichtig unterentwickelt, sodass die Erfolgsquoten doch deutlich schlechter waren. Und eins muss man allerdings auch noch dazu sagen, es gab da so, dass man sich Studien nochmal angeschaut hat und hat damals rein nach Anatomie geschaut und fand die Erfolgsraten dann schlecht. Wenn man das Ganze aber mal die Patienten gefragt hat, wie geht es ihnen denn damit, dann sah das alles schon deutlich besser aus. In dem Lichte muss man dann auch sehen, es sind ja dann Ende der 90er sehr viele Kunstnetze in die Scheide eingesetzt worden, immer mit dem Argument, ja, das ist ja so schlecht, diese Art Chirurgie. Wenn man mal guckt, so schlecht war sie dann auch nicht, dass man die hohen Risiken eingehen musste, die dann diese Verfahren mit sich gebracht haben. Das sehen wir heute eigentlich relativ klar. Vielen Dank für die Informationen, Herr Professor Nui. Gerne, habe mich gefreut. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren. Medizin für die Ohren. SIGMEL